Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sunken und hier auf meinem Kanal die Vollmoodle und da ist der Lauch 69. Ja, guten Tag. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Leute, wir waren gerade da vorne auf dem Mutantenschiff. Was machst du da? Was denn? Ich guck dich an, wie du da sitzt und presst... Nee, du musst... du bist da... du bist... du siehst aus, als wenn du rennst. Hä? Nee? Ja, doch. Ja, und ich hab wegen dem Stream meine Aufnahmetaste umlegen müssen, wegen einem Spiel. Wir dachten, wir nehmen auf. Also ich dachte, ich nehme auf, hab aber gar nicht aufgenommen. Ich bin gestorben. Kurzer Spoiler. Verwende ich dann irgendwann mal für eine nächste Compilation. Ich denke, du hast das nicht aufgenommen. Wie geht's das für eine Compilation? Ach so, ja stimmt. Kann ich ja gar nicht. Stimmt. Boah, bist du ein Fehler. Ey Leute, aber bei mir auf dem Kanal, ich werd das für Kanalmitglieder, werd ich das freigeben. So. Du Arschkrampe. Stimmt, ich kann's ja gar nicht. Ich hab's ja nicht aufgenommen. So, warte mal. Ich hab da mal zwei Sachen rein. Was brauchen wir denn? Äh, ja, wir brauchen erstmal scheiß die Wand an. Warte. Aber nicht. Pass auf, die, pass auf. Mit der ist das so. Je mehr du da unten rein... Du wuchst dir was aus? Weiß ich. Ach so, okay. Aber was wollen wir von der haben? Was wollen wir denn von der haben? Die hat ja nicht viel. Was wollen wir denn haben? Ruhplan, Tapete, Blau, Farben. Nee, nein. Äh, Kaliber 50 Muni wär das einzige. Äh, warte mal, packe ich mal unten rein. Tauchscooter? Nö, weiß ich nicht. Warte mal, ich packe mal die Antibiotika und die, das Kaliber da rein. Und dann mal gucken. Ah, Abmachung. Hab ich? Ah, ich glaub, der Scooter, der ist, den werden wir nicht kriegen. Der ist noch zu teuer. Ich probier's mal. Vielleicht haben sie's ja auch günstiger gemacht. Nein. Ich hab auch noch, ich hab auch noch was. Ja, kannst du den gleichzeitig reinlegen, wenn ich da was drin hab? Nee, ne? Nee, das seh ich nicht. Was du reinliest. Also, ich hab gerade nix gesehen. Ah, ich glaub, das will sie alles. Ein kleiner, kleiner, kleiner Disclaimer, Leute. Denkt dran, die Folge zu liken und zu kommentieren. Wird uns mega, mega freuen, wenn ihr das Format supportet. Weil bei mir auf dem Kanal zum Beispiel der Algorithmus liegt meinem Kanal gar nicht mehr. Ja, und ich bin da auf jeden Like und jeden Kommentar angewiesen. Bei mir sind es genauso. Richtig, ja. Lasst Liebe da. Das wär uns mega, mega wichtig. Ja, vor allem wissen wir so dann auch, ob euch ein Format gefällt. Ja, ob ihr da Bock drauf habt. Ob ihr weitergucken möchtet. Oder ob ihr sagt, nein. Wir wollen halt nicht sehen, den Schund. Und, ja, auch wenn ihr sagt, oh, nee, Leute, spielt lieber was anderes. Haut uns das ruhig unter die Kommentare. Äh, unter das Video. In die Kommentare. In die Kommentare, genau. Das ist genau wie bei Udo. Ei, 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 ei. Äh, hast du schon den 3D-Drucker hier gesehen bei ihr? Äh, nö. Es gibt einen 3D-Drucker, damit kannst du, äh, Sachen herstellen. Okay. Okay. Hab nix verstanden, aber ich mach einfach mal so. So. Nee, wo denn? Wo ist der denn? Der 3D-Drucker? Ja, warte. Aber komm. Hier draußen ist der. Hier. Ah, da kann ich was machen? Ja, geh einfach mal rein. Ah, oh, okay. Da kannst du alle möglichen Sachen holen. Ja, 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 ich seh's. Ich seh's, ich seh's. Ja, da baust du aber erstmal die kaputten, also die Waffenteile und so für. Okay? Ja, aber wahrscheinlich kannst du die so ohne 3D-Drucker nicht mehr bauen. Das kann sein. Was hast du jetzt gekauft bei ihr? Ich hab jetzt gekauft, ähm, Bauplan-Kaliber 50, Moni. Ja. Äh, Lungen-Funktions-Booster und drei fortgeschrittene Teile schon mal. Und, oh, nein. Und Antibiotika. Die teile ich mal, da geb ich dir was von. Pass auf, komm mal her. Also ich hab noch, ich hab noch. Ich könnte noch was kaufen. Oder wollen wir warten, bis die was besseres sind? Also komm mal her, pass auf. Äh, ja, wir sollten warten. Pass auf. Ich nehm das hier. Und das. Also... Ich hab Inventar voll, ich kann nicht. Na, warum denn? Warte mal, ich erst mal irgendwas. Die Lungen-Funktions-Booster, da kannst du ein bisschen länger mit tauchen. Oh, okay. Also sie hat bei mir noch, äh, fortgeschrittene Teile, die ich holen könnte. Echt? Warte, ich geb dir den... Ah, du hast ja keinen Platz in den Taschen. Doch, ich hab was gegessen. Ich pack das mal hier in die Truhe rein, was ich noch hab. So, aber nicht die fortgeschrittenen Teile verkaufen, ne? Nein, die kann ich ja nur kaufen. Die kannst du auch eintauschen. Du kannst ja alles eintauschen, was du hast. Also eine Zigarre, dann krieg ich vier Teile. Vier fortgeschrittene Teile. Ich hab extra geguckt. Tolle Sache, sagt sie, abmachen. Ja, mach mal, nimm mal. Hab ich. Ich hab, ich hab ein geiles Shirt. Oh. Oh, den Rest, den kriegen wir ja. Gut, die fortgeschrittenen Teile, die sind halt rar, ne? Ja, ja, eben, deswegen. Ich pack die mal rein. Und, äh, guck mal, was ich noch draufstecken kann. Oh, ich hab ein Elefant, ein Steinelefant. Ach nee, das ist da. Den hab ich da gerade reingemacht. Ja, ja, ich sehe gerade, den hast du da reingemacht. Jo. Ansonsten wundert euch nicht, Leute, ich hab so ein schönes, äh, rosa Tütü an, das hat mir die Vudel, äh, gesponsert. Ja, vorhin. Als sie es nicht geschafft hat, auf Aufnahme zu drücken. Ich hab ja auf Aufnahme gedrückt, es war nur die falsche Taste. Das ist das, oh, Mann. Ja, du hast halt nicht geguckt, dass YouTube, sag ich schon, das, äh, OBS aufnimmt, ne? Ich hab mir das auf das Ding weggelegt, die Taste. Ich hab da wirklich nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. So, komm mal hier weg, ich bin will weg hier. Ja, wir gehen jetzt noch looten. Ja, wir brauchen ja erstmal die ganzen Sachen. Sonst können wir ja nix Gescheites bauen. Und irgendwie hab ich das Gefühl, irgendwie, ich komm, ich komm überhaupt nicht klar momentan in dem Spiel. Ja, wir nehmen aber auch wenig Folgen auf, ne? Was machst du denn da? Schubst den mal rein. So, jetzt komm, wir gucken mal. Irgendwie hatte man sonst hier, warte mal, wir schwimmen mal da, wir schwimmen. Wir fahren jetzt da mal zu den Inseln hin. Auf irgendeiner Insel gibt's auch Cotton und Zitronen und, äh, ja. Ja, irgendwo gibt's auch Bronze schon, ne? Ich weiß nicht, ob da die Insel ist da. Ich weiß halt auch nicht mehr. Ja, ich bin echt, also was Sankment betrifft, ich bin vollkommen rot. Das war, also die Folge, die jetzt nicht, äh, gezeigt werden darf, äh, war schon lustig gewesen. Äh, die ganzen Mutanten waren alle im Wasser und wir waren da am rumstechern, rumstockern wie die Doven. Ja, wie ich zu Pudi gesagt habe, ja, es war eine halbe Folge jetzt, die wir versammelt haben. Ja, zehn Minuten fast, ne? Na gut, aber so ist das dann. Bei diesem hier ist ja gar nichts. Naja, erst hier haben wir die Karte komplett umgeändert. Warte mal, auf dem Boot, da hinten waren wir. Da hinten wohnen wir. Warte mal, wo ist denn hier? Guck doch mal auf die Map. Ja, guck ich gerade. Da ist nämlich jetzt genau zum Rand der Karte. Ja. Ich sag, ich komme gar nicht mehr richtig rein. Du hast denn deine High Heels gelassen? Die High Heels ausgezogen? Ausgezogen, die habe ich gerade verkauft. Mhm. Ja, aber ich dachte, die will die haben. Wollte sie auch, hat sie gesagt. Mhm. Also da rechts neben den Handelsposten ist ein Pure Eye. Das wird aber wahrscheinlich... Ja, hier links ist auch dieser große Stein. Ich weiß halt nicht, ob wir mit unserem billigen Waffen da überhaupt schon gegen ankommen. Was leuchtet denn hier rot? Ach, das ist unten. Lol, was ist da denn? Das Mutantenfloß, wo wir vorhin waren. Nee, unten. Da ist was rot wie Lava. Warte mal. Ich sehe hier nur die schwimmende Zuflucht. Leute, was ist das hier? Warum ist das so rot? Ich habe da nichts Rotes. Wie? Die ist Magma oder so? Hä, wo denn? Die hier, wo ich bin. Du bist da, wo ich bin. Da ist nichts mit Magma. Nein. Nein. Ich bin nicht bei dir auf dem Boot. Ich bin da runtergehüpft. Okay. Dann komm mal wieder zum Boot hier. Das Boot war richtig rot. Du bist ja in meiner Folge sehen. Ja, werde ich mir angucken. Ja, und dann lass auch den Like da, ne? Denk dran. Wenn ich deine Folgen liken würde. Das muss ich ja sagen. So, ich sehe dich gar nicht. Ach, da bist du. Ja, ich wollte jetzt auch mal hier gucken. Ich habe gedacht, da wäre was, aber da ist nichts. Ja, wir fahren jetzt hier zu der Insel da drüben. So, da müsste die Insel sein, wo Ding es ist. Da war gerade definitiv irgendwie Lava. Ich sehe nichts mit Lava. Da ist unsere Insel, Vudel, ne? Das ist so klar, ne? Ach so. Was ist denn mit dir hier nicht richtig? Ich habe keine Ahnung, ey. Jetzt fahre ich hier gerade durch, da wo der Mast hängt. Der Strommast. Da waren wir noch nicht. Ja, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Okay. Da waren wir noch nicht. Alter, Leute, Leute, Leute. Ja, die Insel, die reden wir jetzt. Weißt du, unser eigenes Heim. Ah, schön. So, ich mache hier Halt. Da waren immer die Lungenfunktionsdinger. Ich bin schon eigentlich voll, bin ich bis oben hin. Tauchzeit verlängert. Oberkante Unterlippe. Ja, dann fahr doch eben mit dem Boot nach Hause, leer aus und komm wieder. Jawohl, Chef. Das ist doch dann auch eine Lösung. Würde ich mal sagen, oder? Ei, 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 ei. So, bei mir wurde geschrieben, also meine Tauchflasche war wirklich sehr, sehr, sehr schnell leer. Ja, das habe ich, ähm, damals, als ich das erste Mal Sankt Nent gespielt habe, war das nicht so. Dass die so extrem schnell leer war. Bei mir wurde geschrieben, so ein Büra, die war viel zu voll, hätte gewünscht, dass du dich unter auf dem Boden verreckst. Weißt du? Wer hat das geschrieben? Das glaube ich. Das sage ich nicht. Die wollen ja alle immer nur meinen Tod sehen. Niemand hat das geschrieben. Jetzt bist du gestorben und jetzt wird das sowieso wieder keiner glauben. Ja, kannst du ja zeigen, du hast es dir aufgenommen. Mhm. Du darfst es mit einbinden. Hast die Erlaubnis von mir. Oh, das ist sehr gnädig, dass ich, äh, meine eigenen Folgen zeigen darf. Danke, danke. So, so glücklich. Wenn ihr sehen wollt, wie ich glorreich verkackt habe, dann guckt beim Sompiora die Folgen. Wenn er das mit einbaut. So, ist doch ein Angebot, oder? Ich nehme mich erstmal in die leere Kiste, müssen wir mal auf Screen dann sauber machen. Ja, ja, müssen wir. Ja, sauber machen, aufräumen, meinst du? Ich weiß gar nicht, was brauchen wir überhaupt? Also wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir, wenn wir die Inseln da mal besiedeln, äh, beziehungsweise überfallen wollen, sollten wir zumindest eine Armbrust haben, würde ich sagen. So, ich mache das Boot auch noch eben leer. Ja, ja. Das ist, äh, das ist eine super Idee. Ja, meinst du? Sehr, sehr gute Idee. Und wir müssen echt gucken, wir brauchen Essen. Essen, trinken, wärme das Wasserdingen schon. Dass wir da uns mal ordentlich was machen. So, ich bin auf dem Rückweg. Ja. So, Neues Kiste. Essen hat vor allem schon alles weggeblutet. Hier, da wollte ich eigentlich hin, zur Radiosenderinsel. Ey, hier ist nicht alles weg. Weißt du, wie viel Loot hier ist? Also die Radiofernsehinsel ohne, ohne Armbrust kannst du vergessen. Da kannst du... Ich bin da damals auch mit Pfeil und Bogen hin. Habe ich ja gerade gesehen, wie es beim Mutantenfluss mit dir geendet ist. Weißt du was? Du kannst mich mal kreuzweise. Ja, Mrs. Progamerin. Mensch, mit... Mrs. Regen war da vorne die Insel. Das ist unser Zuhause. Ach so. Das war so geil. Das ist so episch. Ah, da glaube ich, werde ich einen Short draus machen. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Machst du, auf meine Kosten machst du dir Content für Shorts. Genau. Cash in the cash auf deine Kosten hier. Alter. Auf deinen, auf deinen, äh... Oh. Warte mal, wie? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Wie ging denn das? Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Das Problem... Oha. Ach mal. Hättest mich ruhig mal vorwarnen können, oder? Die hat nie nichts gesagt. Alter, Falter. Jetzt hab ich doch nicht solche Probleme gehabt hier. Was ist denn los? Sterbt. Ja, die halten gut aus. Ah, ich bin fast tot. Wie sie hier hängen, ne? Ich bin, ich bin fast tot. Also, Pfeil und Bogen ist für'n Popo. Also, ich sterbe gleich. Ich hab ihn getroffen, der einmal. Jetzt kommt er ins Wasser. Jetzt kannst du im Wasser auch schießen. Warte mal, was ist denn los hier? Ich, ich bin, ich bin zu dumm. Wo ist der andere denn jetzt? Ah, komm, mein Zweifel. Ah, ich bin tot. Nein. Doch. Ich kann nix mehr. Ey, erst mal, was ist denn... Ich hab das überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Ich hab das also mit Pfeil und Bogen. Ich, keine Ahnung, ich hab das ganz anders in Erinnerung, Leute. Okay, ich hab am Anfang schon hier, äh, voll der Fail. Ich hab das komplett anders in Erinnerung. Also, auch mit dem Schießen irgendwie, ich weiß nicht. Entweder bin ich einfach fürs Spiel nicht mehr geschaffen. Ja, es wird sein. Ne, ehrlich. Das ist, ich, ich komm gar nicht klar. Mein Progress ist vorbei. Ja, mein Progress ist total lost, ey. Keine Ahnung. Ist alles down hier. Ich hab's alle down gemacht. Gut, du kannst rankommen hier. Ja, ich muss jetzt mal mit dem Leiche looten. Der Papa, der hat alles sauer gemacht, ja. Ja, Papa. Dafür geht der Papa auch gleich an den Automaten hier. Wollte ich aber jetzt erst mal das Spiel, äh, ähm, weiter machen. Aber ich hab auch einen Schaden bekommen. Ey, ich weiß nicht. Ich, ich hab was anders in Erinnerung. Mit dem, ähm... Ach, sag schnell. Mit dem Schießen, vor allem vom, vom, vom... Weißt du? Also der Pfeil, also... Pfeil und Bogen hat mich jetzt, äh, krill gemacht. Also... Ja, mich auch. Aim konnte ich gar nicht. Ich hab so... Ja, du darfst nicht die linke Maustaste drücken... Äh, die rechte Maustaste gedrückt halten. Ja, das hab ich gemerkt. Weil dann siehst du dein, 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 dein Dings nicht mehr. Dein, äh, verstehst nicht. Ja. So, das kann ich gar nicht kaputt hauen. Aber ist hier unter Mutantenfluss noch was zum Taufen? Ja, ich glaube, ja. Weil es nicht zufällig irgendwas... Das sah aus, ey, boah. Möchtest du ein anderes T-Shirt haben? Da ist ja eins. Ja, hier. Ein rosa Shirt, äh, ja. Besser als das Ding, was das hier anhatte. Ja, 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 ja. Leute, Leute, ich krieg nicht den Scheiß, weißt du? Ich krieg nur den Cut hier. Scheiß. Ja, komm mal ran, hier. Meine Taschen sind voll. Pfff. Schiffbeschleunigung. Gib alles. Heißer Lauch. Gib alles. 66 kmh. Ja, gib noch was. Ja, ich, ich find das Segelboot sowieso schöner. Erstmal ist das schneller und ruhiger. Ach, da bist du. Ich will mit dieser wahnsinnigen Mops-Geschwindigkeit an dir vermeiden. Habt ihr doch hier unten gerade gesehen. Jetzt ist aber schon sehr dunkel. Toll. Oh Gott. Wo bist du? Komm mal zu mir, weil hier ist noch ein Duft unten. Ich bin unten hier. Ja, wo ist das gut? Ich bin selber am Tauchen, bevor gleich. Guck doch mal auf die, auf den... Ach so, ja, stimmt. Warte, den Tresor will ich aber jetzt noch... Oh, wir werden geradet. Okay. Und dann mitten in der Nacht. Na, GZ. Ja, mitten in der Nacht ist das ja immer noch nicht. Dann fahr mal. Schnell zur Basis zurück. Man ist riemlich, meine Lieblings. Äh, äh, nee, rechts, hinten, 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 nee, zurück. Genau, umgekehrt. Da ist der Händler und links, schräg links vom Händler sind wir. Boah, dass der nicht rumdreht, ne? Der hat einen Wendekreis wie ein Panzer. Ja. Ich sag mal, ich finde das, das Segelboot finde ich auch schöner. Rechts vom Händler halt, oder war das links? Links, links, leicht links vom Händler sind wir. Ich will jetzt nicht auf die Map gucken, weil dann... Das war krass, ey. Jede Folge ein Raid hier. Was ist denn da los? Das ist, weil du die Mutanten gekillt hast. Und dann dich selber da geopfert hast vor dem Mutantenfloß. Hast du jetzt das Wasser versorgt für immer und ewig. Die haben mich, ne? Die haben mich gekillt, nicht die. Kommen wir gleich wieder, die ganze Basis kaputt, Leute. Dann Staffel zu Ende. Links, 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 links. Ja. Gut, dass ich die Tauchdinger eingeschluckt habe. Links. Links ist das Mutantenfloß. Du musst links... Boah, fahr selber gleich. Links auf der Insel hier sind wir, wo ich hingucke. Hier, links. Ich sehe da keine Insel. Ach, da. Ich habe doch extra gefragt. Wegen dem Händler. Da hast du gesagt, nö. Ja, ich habe gesagt zum Händler und dann links vom Händler. Ja, das ist genau wie gerade... Also, bitte. Das ist genau wie in der Folge, wo du gesagt hast, aus der Basis links raus. Ich gehe zum Wasser rechts raus, äh, links raus und... Nee, ja, zum Wasser hin. Ich habe nichts vom... Zum Wasser hin gesagt. Eieiei, Leute, Leute, Leute. Ich kann nichts dafür, wenn du so, ne? Jetzt fehlt mir noch, dass die Typis mit Pistole da raiden. Äh, äh, glaube ich nicht. Ich verhungere gerade, sehe ich ständig fest. Wieso? Hast du gar nichts mehr, oder was? Oh, da fliegt. Ich fress jetzt die Muscheln roh. Da fliegen die Sachen. Die hauen uns die Basis im Arsch. Ich glaube, da ist schon was kaputt. Und dann immer nachts. Da schießt was. Wo bist du das? Ich bin das. Wow. Ich sehe nichts. Warum denn alle auf mich? Wie ich sie von ihnen abschmucksen kann. Jesus Christ, ey. Boah, guck mal. Die haben uns richtig einen reingedrummelt, ey. Alter Falter. Die haben die halbe Base zerrammelt. Komm, wir schlafen mal. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ja, die... Die... Die weiße... Die, ey. F-Punkt. Ich sag's dir, du, aber wirklich. Also bitte. So ein Lumpenpack, ey. Verdammte schlup. Ey, was ist denn jetzt hier los? Ich möchte gerne... Ach so, es geht anders. So, ich hab wieder zugebaut. Haben wir da gar keine Tür drin? Warte mal, da Tür. Ja, Tür bringt auch nix. Oh, nee. Aber wir müssen unbedingt die Kisten aufräumen. Da krieg ich... Das ist ja wie bei... Das ist ja wie bei Dings hier. Bei, bei, bei... Bei Entschraudet hier mit meinen Jungs. Das auch so katastrophal, oder was? Ja, da ist auch nix... Nix eingeräumt ordentlich. Ja. Das, wenn der Chef nicht dabei ist, ne? Ja, du wolltest ja nicht. Der verarscht mich doch. Der hat gesagt... Äh, die Tür hat nicht anders gesnappt. Guck mal. Jetzt ohne Scheiß. Die Tür hat nicht gesnappt. Kannst du so nicht an... Äh, diesen. Ich muss den Hammer nehmen und dann abbauen. Ich hab keinen Hammer. Hast du keinen Hammer? Wir hatten doch irgendwo einen, warte ich mal. Der wollte nicht reinsnappen. Ich weiß nicht, warum. Der hat nur zur Seite gesnappt. Wo ist denn ne Tür? Ist hier keine Holztür? Doch. Bei Bauen. Und dann, äh... Erste Reihe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das dritte von rechts. Das ist ein Fenster. Nein, dann ist halt das an davor. Ja. Geht doch. Er wollte gerade bei mir nicht machen. Keine Ahnung. Ja, aber die kommen ja trotzdem hier rein. Auch wenn du hier ne Holztür hinpackst. Also... Ja, das ist aber nicht direkt. Da... Da snappt er jetzt. So. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, wir sind am Ende einer Folge. Jawoll, es geht. Wie gesagt, Leute. Wir freuen uns immer über Support. Ja, wenn euch irgendwas nicht gefällt, schreibt uns das unter das Video. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das Spiel ja auch schon out. Und ihr sagt, bäh. Machen wir was anderes zusammen. Mit dem Vudel. Schreibt uns das ruhig. Ja, haben wir kein Problem mit. Und ja, bedanken uns aber jetzt recht herzlich fürs Reinschalten, ihr Lieben. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.